Die eine oder andere geht bestimmt auch gerne erst duschen. Dann nehmt ihr eure Startnummer, geht hier vorne zu unserem Rote-Zelt zur Startnummer-Ausgabe und da könnt ihr euch dann für eure Startnummer etwas kostenfrei zu essen holen. Entweder kriegt ihr ein Stück Kuchen oder eine Wiener oder eine schöne warme Suppe. Tee ist natürlich auch mit dabei, gar keine Frage. Ein Bierchen könnt ihr auch trinken, alkoholfrei oder mit Alkohol. Ganz so, wie ihr es gerne möchtet. Und das wünsche ich euch viel Spaß auf den Runden hier beim Finale der Siegerserie 2018. So, seid ihr auch ansonsten, seid ihr fit und seid ihr bereit? Also ich glaube, fit und bereit hört sich anders an. Wir probieren das doch mal, ja. Seid ihr fit und bereit? Das läuft. So Leute, nutzt bis ihr startklar. Dann kommt hier euer Startkonto. Sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins. Und auf geht's! Folge an geht's! Folge an geht's! Wie Spaß, kommt gesund zurück! Verletzt euch bitte nicht! Und verlauft euch bitte nicht! Denkt an die roten Punkte! Folgt diesen, dann könnt ihr nichts verkehrt machen!